Nein sind so eine Folge von Borderlands Ender Froschitown erst mal nein hat es heißt das Borderlands nicht Borderlands 2 nicht Borderlands Presequel nein einfach nur Borderlands also ist das Borderlands Froschitown oder was? zum Teufel sei nicht diese Mission erst mal sterben und sofort noch in Schwung erhalten erst mal noch mal sterben ok was ist los? weiß ich da war so ein Fass unter meinem Arsch nimmst du mir so 50 Spider Ends und Wax ich meine wenn ich den Arsch von dieser Spider End getroffen hätte dann hätte ich jetzt auch kein Problem aber nee ok nein nicht wir nicht how about no? oh man du hast ein echt krankes Lachen alter ah was? na dein Typ kratzt so hahaha zum anderen hat bei mir nicht gedacht die Dinger sind leider nicht synchronisiert ohli da ist ein Gegner ohli da ist ein Gegner Tag 493 die Dahl Corporation hat so effizient diesen Dachbau hier auf Pandora eingestellt ich halte das für Irrsinn der Iridium Abbau war für Dahl höchst lukrativ und hat meine Forschung finanziert die Profite waren besonders deshalb zu hoch weil die Arbeitskosten gegen Null gingen was da wohl nicht ein dem unbezahlten Sträfling machen wird die man hier als Nebenarbeiter eingesetzt hat ob einige von denen noch Freunde sein werden was? wie? du wirst immer gleich eifersüchtig wenn ich neue Freunde gewinnen will ich schalte dich ab noch? ist ja wie Weihnachten ja ist mir leid da haben wir hier so irgendwelche Requests ich glaube nicht lol geh mal zur Art Scrapyard trifft den verrückten Hall der wäre hier direkt in der Nähe irgendwo südlich wegfreigeräunt ok dann machen wir uns mal ey da drüben ist ein Arbeiterbandit hoppala weiner da so geplatzt geradeaus dann links eeeeeee oh Gott das wird ein bisschen dauernder hinzukommen und dolly wie war dein Tag so? ich hab ne Runde CSGO gespielt da hat er noch mich gefragt ob ich ähm noch was anderes spielen kann außer ähm Scope Waffen ich gesagt hab nee und hab dann zwei gekillt und dadurch haben wir dann gewonnen und da ist ein feuerrack hinter mir und dann ging es weiter dass ich ein paar runden rocket league gespielt habe natürlich mit dem handy haufenweise textnachrichten bekommen also ein standardtag für olrich das ist ein samstag ein entspannter samstag der tag ist für mich mehr als alles alles andere als entspannt weil ich freue mich schon wieder auf die arbeit soviel schlaf die letzten paar tage bekommen das gleiche kann ich aber auch sagen dass ich mich jetzt auf die arbeit vorgeflogen war ja das ding wie so in der woche borderlands pause war bis vor drei tage weil es einfach kacke findet ja wenn man auch so ollie mal schneidet wenn ich arbeiten bin jetzt war ich nicht arbeiten für eine woche ja deswegen also es ist immer so dass ich vormittag immer die videos schneide bei ihm hochlade und ne bei meine schneide und bei mir hochlade achievement achievement wo ach da scraphardt in direkt müssen wir das gut hier auch zu bettet bis kohle skröpia zum und die dings kann man wieder verkaufen die taten verkauft hat durch die fliege vor die lübte die können haben wir den ranger klas man so ziemlich gut allerdings heißt du ranger was also ist denn bei mir bist ein jäger deswegen ein klasse jäger oder gibt es so ranger klasmars für oder heckenschütze oder sonst irgendwas ans geld ich schau mal kein skick das mal ich dachte du spielst du auf deutsch und auf englisch deutsch mein steam ist noch mal auf englische achievements Hauptsache er spuckt mich noch mal an bis auf aber klaus abliefern was heißt hier abliefern direkt rechts ist das ding an hör zu ich sag rein gar nichts bis du diese ganzen mistfächer los bist das ist ein junger crazy-erl aber auch älter geworden jeder wird hier irgendwo älter ne ich hab ihm in seinem himmel geschossen zwischen die beiden er hat auch oft den himmel bekommen himmel ja ja ist der dick slayer ist mir schon klar klar holy shit guck mal die scheiß meppern what the fuck geld also schlimm finde ich sie jetzt nicht ne warum krautsch du dir an zur zeit blitz 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 günstiges timing hier rechts dank Danke. Das ist doch für meiner. Ey, das ist einfach. So scheiße. So, guck mal. Pistolen? Ich brauch mal ne gute Pistole. Kannst du ja. Das ist ein Revolver. Ja, aber den nehm ich. Besser. Ja, das kannst du ja um die scheiß Dinger. Ich will bloß Geld haben, wenn ich. Sicher ist sicher. Ja, ja. Oh Gott, Leute. Guck mal, wie viel Muni hat denn das? Scheiße, Alter. 27, stand doch drauf. Ich glaub, das geht besser, wenn ich das Ding zu annehmen oder mal so nah rangehen. Ey, ne Waffenkiste. Bei dir wurdest du auch auf den TS angeschrieben? Fein. Sieh mal an. Ich glaube nicht. Ich hab nämlich da jetzt ne dritte Leiste. Irgendjemand hat mich angeschrieben und ich weiß nicht wer. Müssen wir mal nach der Runde mal kurz gucken. Das Ding ist ungenau ist fuck, aber ich nehm's trotzdem. So, darf ich dann wohl da zwei haben? Wegen Geldaufteilung und so? Kannst alle drei haben. Vielleicht muss ich mir nichts mehr sagen. Ich wollte nur den Stärken nehmen. Weißt du, weil ich den benutzen möchte. Dann müssen wir dann vorne links. Da vorne links. Da vorne links. Ey, da ist noch ne Waffenkiste. Wenn ich die Waffenkiste. Zeig mal aus wie Pistolenkiste. Kann das sein? Ne, ne der hier ist ein Sniper. Ne grauenvolle Sniper und eine furchtbare Shotgun. Welche willst du? Wird. Schade. Was ist denn da? Da rüber? Da vorne rechts. Da müssen wir irgendwo rüber. Ich weiß nicht. Oder außenrum? Außenrum glaube ich mal, ja. Was machst du denn platt? Ähm, da ist ein Schock-Alpha möchte ich nur erwähnen, ja. Ach, den hab ich ja nicht gewöhnt. Das geht welcher. Egal was du genommen hast, aber spiel nicht mit Erwachsenen. Ist der grad bei dir? Ne, der hat grad die Fresse aufgerissen. Was passiert, wenn man die Fresse aufreißt? Ich wollte eigentlich bloß eine Granate werben. Willst du schnell heilen kommen? Ne, ne. Du hast dir einen auf einen HP runtergeballert. Nice. Ich bin hier noch vollgehalt. Ist es nicht so, als bräuchte ich die Muni dringend? Hallo? 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 Ne, ich sag jetzt nicht das, was ich denke. Okay. Wenn so ein Gag-Ding hier sieht aus, wirst du so wie so ein großes Arschloch, ne? Wenn du dann so rindkraust, dann wirst du wie man sich fühlt, wenn man jemand mal in den Arsch kriegt. Ja wirklich Kollege. Halt doch, hisa! Mele! 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 Aber wenn du Mele anfängst, dann kannst du noch Mele bänden. Du kannst mich mal im Arsch lecken. Mein Arsch. Mein Arsch. Mein Arsch. Hey! Ich bin mir im Arsch, wenn sie das für eine Antwort. Am wach geradeaus. Kannst mich mal im Arsch lecken, mein Arsch. Okay! Hey! Hey! Und ich kann das hier übeln machen, das ist jetzt die entlastet. Und das ist das schon mal so ein vollkommen. das machen wir zu schreien die waren das gar kein hier ist der verlebnisse loki weg das dich ja selbst beschädigt damit ja ich würde so weg machen bevor es irgendein anderer zerschießt apropos warte mal kurz ja da ganz vorne rechts in der hütte da in den garage wo fliegen denn keine ahnung da kommen gerade heilungsdinger oder wir haben da oben schon bei jemanden abgeballert geil sind übrigens da bin ich eigentlich von da bin ich da bin ich da bin ich da bin ich steigen du ziehst auch nach links wenn du tot bist das lässt sich dafür ne bei mir ja bei mir auch schütt bei dir der typie auch in der luft wo wer hier ich stehe genau davor auch ja da schütt der kopf wir haben jesus getötet ist man eigentlich nekrophil wenn man das hier macht ja ok was mit nein was denn nun ja nicht meine steppen da oben wir haben das ein crit schmeißt den scheiß danke mein geschützt macht schaden man warum sie warum ist man sich kalt immer so dämlich komm ich versteck mich hinterm roten fass da das platten losgeschickt ne nein ich habe es gehört zu dieses flotter 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 müssen wir nach der folge gucken wie unser ping heute ist ja ich habe nämlich mein ping der macht heute irgendwie einen Arsch hoch flotter flotter vier pistolen guck ob der eine jut ist ok kannst du so lange mal die da oben umbringen die gehen wir auf die Nüsse ok ja klar und ich treffste nicht hey ist äh ist die c-ladung ne die sind alle scheiße ich habe die beiden billigeren genommen nimm du die Teuerwand oh oh dammit kein crit schade den Arsch hoch da hatte nur mehr voll wenig HP wo sind die nächste ach so jetzt müssen wir eh da rauf wie kommen wir da rauf da guck doch einfach die scheiß Stege an da links 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 da links runter direkt gerade aus und dann links hoch ne mit verfolge die Linie wenn ich das nicht will was begann ich zu sagen you're not my dad sicher bin ich dein Seid sicher bin ich dein Seid ich bin dein Vater ich bin dein Vater NOOOOOOO OLLI OLLI lass den Arsch ja er hat ein pixel Leben tala 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 ey das ist im G wirst du das meine ne ich nehm sie trotzdem mit weißt du umgucken oh mein FPS sinken hier gerade schon und ich weiß nicht warum wirklich was denn ich bin grad gesprungen leicht rückwärts zumindest wegen runter geflogen ich bin da ich laufe noch mal schnelle runde yo 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 links sind neue gegner gestern durch und logische sind also hier ist gerade nichts mehr los aber ich habe was ist denn mit dem level los da oben sind neue das ist doch auch so ein paar kleine lexpikes bei dem der wir ja knallharder psychopat wieso gebe ich dir leute immer dann wenn du tot bist haben schon was so wird man stehen stehe auf und wir wollen ja es geht im tag mit dessen gehe ich recht gelandet er lebt jetzt nicht mehr ich habe gut gelandet genau bei den Euro mein Typ lacht gerade schon wieder so sicher mich gibt es bei mir kurz in Ruhe auch scheiße ich habe nur zwei wir sind mich eigentlich gerade verarschen einer noch jetzt habe ich keine Munition gibt mir jemand Munition legt den nicht auf Junge wie viel Muni hier rumliegt hast du gerade eine Ketten Explosion ausgelöst das ist deine Klaas mod die kannst du haben das hier ist auch deine Klaas mod plus 20% team zusätzliche erfahrung ähm warte mal kurz ne SMG oder ne MG MG das ist übrigens noch eine Klaas mod für dich und ich nehme mir dafür die scheiß Shotgun aus das ist besser als deinen wenn ich die Shotgun habe äh ne die nimmt ruhig mit ok das Klaas mod geht aber trotzdem die was im Prinzip so wenn wir mal ein ach so ich habe eine neue SMG die ist stärker das ist aber nicht dafür geht die genauigkeit runter ja hier oben ist nichts ja ich muss ja wo ist es da müssen wir langen sag dich wie die Wege hier sind warum Und da hat's Boom gemacht. Was tun wir dir ums Gecks in Ruhe? Guck nach oben, wir müssen den Weg nehmen. Da hinten. Ach come on. Wollen wir die Falke immer das übelst lang machen oder? Wollen wir aufs Gehen zurückrennen. War ein übelst langes Guck gesagt. Ich hab gesagt, wir wollen mal überlänge machen. Nicht übelst lange. Oder hab ich übelst lange gesagt? Wenn ja, dann sorry. Hab ich mal übelst lange gesagt. Ein Raketenwerfer. Der ist voll kacke. Alter. Juhu. Oh, bist du kacke. Okay, ich hätte gesagt, wir laufen dann zwischen dem Haus zurück. Wir sehen uns dann wieder am nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. 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 Ciao.